Drei, zwei, eins, go! In die Wasserstadt jetzt, oder was? Wohin? Es geht unter uns direkt. In die Wasserstadt. Juhu! 150 Grad. Oder Wasserstadt, können wir auch, wenn ihr wollt. Wasserstadt. Okay, nehmen wir Wasserstadt. Da werden jetzt alle landen, aber egal. Oh, scheiße, wir sind ziemlich. Oh. Sollten wir doch lieber abhauen? Noch können wir es. Okay. Nein. Die Ruin, die Ruin, oder? Nein, wir gehen in Wasserstadt. Zu spät, ich bin jetzt schon Wasserstadt. Was? Da sind sehr viele gelandet. Komm schon, ins Haus, ins Haus, komm schon! Junge, lande! Let's go! Ja, zumindest muss vier Spieler unterbekommen. Michi? Ja. Wir sind quasi gegenüber, oder? Bei mir ist direkt ein Spieler vor der Tür. Nein! Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Ausgenommen. Komm, ich komme, ich komme. Ähm. Ich bin, ich bin tot. Alter! Der hat mich aber so schnell gedaunt. Das gibt's doch nicht. Ich war sofort tot. Oh. Hi. Ich wechsel grad hin. Ähm. Mario. Wie sieht's aus? Du tötest alle. 82 Gegner noch, komm. Die sind alle weit weg. Wir haben richtig Glück hier. Leute, es ist schon wieder passiert. Nein, jetzt wirklich? Nein. Wir sind da hinten. Das meine ich, dass ich tatsächlich nicht bei euch bin. Das ist schon wieder passiert. Kann jetzt das Ding nicht mal schneller fahren? Nein. Und das nennt sich Jeep? Geländewagen gehalten hat. Ja. Voll fürs Gelände geeignet. Rote Zone. Rote Zone. Ja, fahr mal rechts. Rechts, 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 rechts. Da können wir looten. Wir können da looten, wir können da looten. Stopp. Waffe voll mit Muni, mein ich. Ja. Wow. Wow, 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 wow. Ähm. Egal. Ich bin weg, ich bin weg. Wow. Ähm, Mario? Ich seh sie. Fuck. Warte, warte, warte. Krabbel, krabbel rum. Komm. Noch ein Stück, noch ein Stück Krabbel noch. Ja. Ich bin da. Bleibt liegen. Ich komm hier nicht weg, ne? Das ganze Haus ist gleich total durchlöchert. Oh Gott, die sind zu dritt. Komm noch mal. Ich hab dich. Ich hab dich. Nee, noch nicht. Ich bin immer noch hier. Wir sind immer noch verletzt. Hä? Ich... Holt ihn schnell. Wir müssen hier weg. Ich geh mal grad ins andere raus. Nein. Neun Millimeter, holographisches Visier. Und, äh, meine Muni. Geil. Ich hab mir Muni mal gegeben, äh, also genau. Hallo. 30 Schuss. Ja, wo gehen wir hin? Spieler! Spieler! Ich muss rein, ich muss rein! Ich weiß nicht von... Oh! Fuck. Einer war da hinten noch aufm Feld. Die haben sich glaub ich auch wieder auf... Was? Hab ihn. Hab ihn. Ausgenockt oder getötet? Getötet. Der war direkt tot. Der war direkt tot. Das ist ein alte Spieler. Ne, ist noch einer. Noch einer. Aber der war direkt tot. Zwei Hit. Selbe Richtung. Ich hab ihn ausgenockt. Oh, scheiße. Ne, ein Buggy oder sowas. Auto, keine Ahnung. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Michi, Mario, du musst mich entdecken. Drei, eins, go. Okay, ich bin bereit. Gut, raus. Ich kann ja eh nix anders machen gerade. Oh! Okay, rein, 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 rein. Ich geh wieder rein. Hinter uns irgendwo. Oh. Ich weiß nicht von wo, ich hab... Oh, aua. Oh. Oh, ouch. Irgendwo Richtung 150. Fuck it. Ich seh's nicht. Was? Und wo? Ich seh's nicht. Wohl denn, du könnt jetzt nicht einfach zu dir reinrennen. Das ist... Ja, ich hab auch keinen Plan, wo. Probier ein bisschen weiter hier weg zu gehen aus... ... hier. Michi, ich renne durch. Ja. Mario, bleib stehen, bleib stehen. Wir werden gefressen von der Zone. Okay, wir müssen durch, wir müssen durchrennen. Mario... three Sekunden... Ich brauch noch fünf Sekunden. Das Richtung Nord. Ich, ich, ich geh... ich mach schon mal den Ersten Läufer, also ich komm durch. Oh nein, 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 nein. Von hinten, von hinten. Von hinten, S relation. Ich vorm... Drop mich auch. Nein fuck. Okay, ich muss mich halten. Ich muss mich halten. Ich abreviere. 1 HP noch Oh Gott links sind Leute, vor uns sind Leute Fuck Lauf, die Zone Nee, werden die nicht überleben Die sind direkt hinter mir Das sind mindestens zwei Drei Spieler sind hinter dir Wow Nein! Ich habe einen getötet Den anderen gut ergetet Und dann wollte ich noch beim nächsten Mal umgebracht Okay, Team Rang 8 Top 10 Da waren zu viele Leute Kannst du den Team Rang immer unter den ersten 10 schaffen? Fast Also Das ist auch eine Strategie Die Kills abzufangen Wenn die gepuscht werden Von außerhalb Also ich wurde eigentlich von allen Seiten Ich bin gerade belagert Mit dem Spieler sehen Oh Null eingesehen Alter, war das Sterbe ich gleich wieder Weil mich irgendwer weg holt Weil ich wieder 20.000 Kilometer weit weg bin Von euch So weit bist du nicht mehr Oh, Stufe 3 Militärwester Stufe 3 Fick dich Ja Hallo Du kannst mich nicht ficken Weil du nicht so ne geile Wester hast wie ich Äh Alter Rucksack Okay, ich fahr erstmal in die Zone Und dann gucken wir mal weiter Also einfach hier so Komm, schau Du kannst auch durch Äh, rechts sind Leute Links fahren Ich hab gesagt Rechts sind Leute Du fährst recht auf die Leute zu Wo sind sie? Rechts von uns sind Leute ins Gebäude Reingelaufen Weg Du fährst einfach Dann fahr ich da lang Dann fahr ich da lang Okay, rechts gucken Weil rechts waren Leute Rechts sind Rechts Hier rechts Ich fahr hier wieder rechts hoch Fahr durch Gib Bummi Bin laut Bin laut Bin laut Bin laut Oh man Ich sagte auch fahr rechts Aber nein, du musst links fahren Ich bin Ich bin da Ich bin rechts Nein, du bist Ja, vor mir waren scheiß Hügel Da wär ich nicht hochgekommen Deshalb sag dich doch rechts Michi, du musst mich holen Ich bin fast tot Danke Renn, renn BTF Was war das? Renn einfach weiter Okay, okay Nicht wie ich Nein, ich bin tot Ich werde jetzt runter gehen Ich werde jetzt runter gehen Bisschen Richtung 150 Grad Gehe ich gerade Gehe runter Ich sehe wo du ihn willst Ich sehe was du getan hast Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter da aber Reicht nicht So Mario müsste uns glaube ich noch einen holen Theoretisch Was? Äh Sehen wir irgendwelche anderen Spieler? Ich sehe hier gerade keinen Ich sehe Mario nicht, ne? Ich sehe Mario Mario, siehst du uns? Der ist irgendwie ganz weit weg, ne? Mario? Ne Ist der überhaupt ausgesp... Äh, bist du wieder rausgeflogen? Ich glaube er... Ja Ich sehe dann weg Okay, es wird ein Solo in einem Squatch Du, äh Nein, ein Duo, hallo Wieso? Äh, du, du, meine ich auch, sorry Hallo? Meinte ich auch Zähle ich gar nichts Nein, du zählst nicht Kurz, sagst du, ich noch geht Mario und ist jetzt gerade Ich dachte auch, ich habe nichts gehört Ich dachte kurz, ich habe was gehört, wer ist das? Ach, doch bist du Aber das heißt, es liegt nicht am Spiel, es liegt jetzt an seinem Internet Weil er ja auch bei Discord jetzt raus ist Ja, genau Äh, ne Sniperbett, echt krass geil, ne, ey Also ohne Scheiß, ich... Ich schwör... Ich schwör muss fluchen dabei Ich schwör auf alles, Wallah Arschloch Hurensohn Penis 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 ist keine Beleidigung Ah, äh, jetzt habe ich schon mal einen Rucksack gefunden Und viermal suche ich... Ich bin schon mal auf die... auf der richtigen Spur Ach, achtmal wäre ich für das Niveau aber ganz gut, ne? Ja, aber ich habe jetzt für die AKM es ist gar nicht mal so schlecht Ja Ja Äh, rechts vorne ist ein Spieler, rechts vorne ist ein Spieler We-weiter, weiter, ich habe kein guter Schlusswert Weiter, 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 ich habe kein guter Schlusswert er wird der durchwahl der durchwand durchwahl 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 er ist die drei märkte ich merke dann hier in deckung gehen hierher zu decken hinter dem gebäude und dann heil ich mich erst mal dort ins gebäude rein kannst du er zielen ich kann doch nicht ich hab die irgendeine die sind jetzt hinterm hügel definitiv auto ja direkt vor der tür ein typ kommt jetzt direkt hier hat uns gesicht er hat uns gespottet die werden stimmen oder einer war auf jeden fall da drauf ich bin geflasht ich kann nicht sehen nicht schießen und da ist noch ein auto oder sind die weise kannst du wieder gucken ja aber ich nehm grad energy link komm 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 nein ich schieße grad die ganze Zeit gegen ihn nein er ist down ich bin auch down er ist down okay ich kann grad dich nicht holen ne ne ist gut oh mario fürs verletzten stirbt ist gleich sehr gut mario hat mich angeschrieben auf disco oder war es schlecht gerade oder? ja hier laufen leute ne? bist du das nicht? ne das auto höre ich aber leute nicht Autos direkt hier vor uns Autos direkt hier vor uns äh westen die leute steigen aus die kommen ok die battlen sich oder? ja ja Zone kommt äh der wow ich bin fast down oder? ich bin fast down das war kein flash ok ich muss mich grad halt ich bin fast down ähm fuck durchs fenster bei mir geworfen wir müssen dafür runter und wir werden abgeämt von dem fenstern schon ich bin verletzt ich hab voll getroffen die granate ich hab ihn getötet ähm im auto nehmen oder? hm zu fuß oder? zu fuß zu fuß zu fuß aber wir müssen ein bisschen nordosten ganz kurz ganz kurz dachte ich hier wäre ein spieler ist es war so ein komischer schatten ich werde dich schon richtig parano... äh... Paranoia 16,19 ne? wir sind in der Zone beide noch voll live oder? straffschuss nein fuck straffschuss von links von hinter mir links irgendwo ja zickzacklaufen 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 als er da wo die schüsse her kamen stein 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 hier ist ein stein ich befürchte dass wir im gebäude sind oh gott granate ziemlich nah mitten auf dem feld um gottes willen ich habe gar keine splitter granate wo ist? shit komm um die ecke komm um die ecke jetzt gehts weiter 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 noch ein stück ok bleib alter ein schuss der hat nen sniper der hat ne fette oh shit gated ich versuch's trotzdem YOLO jetzt wie viele noch? pscht 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 ich weiß nicht von wo ok jetzt bin ich da nein nein ich hab keine ahnung von wo ich hab keine ahnung Team Rang 5 wir sind Platz 10 und 11 geworden wir waren mal besser von irgendwo kamen die Schüsse wir waren in uns das war ey das war mitten auf dem Feld das ist ja ja keine ahnung und sie müssten doch irgendwie von von außerhalb der zone geschossen haben so viel Platz war doch gar nicht die wurden die wurden von hinten erwischt ging denn die zone schon zurück also ja die zone ist gerade an uns vorbeigelaufen ähm ähm wieso bin ich gar nicht mal ein bisschen von wo die aus geschossen haben so die Bis zum nächsten Mal.